Der Beauty und der Beast Slot Hi, hier ist Frankie von den Casino News. Der Spieleentwickler Yggdrasil Gaming lässt das französische Märchen von der Schönen und dem Beast als Videoslot wieder lebendig werden. Der Beauty und der Beast Slot hat 20 Gewinnlinien und 5 Walzen. Es gibt 3 verschiedene Bonusarten, die zufällig ausgelöst werden. Weiters hat das Spiel eine Golden Pet, eine goldene Wette, die allerdings einen extra Einsatz erfordert. Der Beauty and the Beast Slot ist sowohl für Desktop als auch für Mobiltelefone wie Android, iPhones, iPads oder Tablets optimiert. Er begeistert die Spieler mit Symbolen, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurden und aufwändigen Animationen. Er hat Random Wilds, Nudge Reels, Synth Drills, Freeze Spins und ein Golden Pet Future, das die Gewinne während der freien Drehungen, wenn aktiviert, vergrößert. Es gibt 6 niedere Symbole und die Symbole der Schönen und die Symbole des Biests. Du wirst ein romantisches Theater sehen, während des Hauptspiels gibt es 3 Bonusmodis, die zufällig ausgelöst werden können. Jeder der 3 Modis wird von einem Symbol vertreten. Es ist ein Koch. Dieses Symbol synchronisiert die 3 mittleren Walzen. Bei dem Butter kann eine Gewinnkombination verbessert werden. Er stupst die Rollen für die besten Resultate an. Das Dienstmädchen fügt 2 bis 4 Walzen zufällig hinzu. Wir müssen auf den Fallen für die Böden zufällig hinzufügen. Untertitelung des ZDF, 2020 Du kannst den Beauty and the Beast Slot auf Online-Casinos Bits kostenlos testen. Hat Dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit Du als erstes informiert wirst, wenn es etwas Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für Deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.